Ich habe jetzt einen Bürgermeister von Falkenstein vor sich, den ich einen Bürgermeister von Falkenstein hatte. Mit seinem Gattin? Wie ist der Bürgermeister von Faschank? In Österreich auch Faschank und wie lange dauert Faschank? Der Fasching beginnt eigentlich bei uns am 11. November im vorgehenden Jahr und endet mit dem Aschermittwoch. Und die Faschingsfeiertage wie Samstag, Montag, das heißt bei uns Rosenmontag auch und Dienstag sind so der Höhepunkt. Aber in unserer Gemeinde wird der Fasching so mit keinem Umzug gefeiert. Das ist ein bisschen eine andere Brauchtüme. Es gibt in Österreich sehr viele Brauchtüme, aber in Falkenstein ja wenig. Okay, also, du bist du? Du bist du bist. 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 Faschank wird in Rakuten natürlich auch, die Faschank beginnt auf 11. November und endet mit dem Vorheren. Und, wenn man in Falkenstein, die Faschank beginnt hat, wie immer wieder in Rakuten. Und, wenn man in Faschank beginnt hat, wie immer wieder in Rakuten. Ob man in Falkenstein, in dieser Gegend von Falkenstein auch so viel Fleisch und verschiedene Süßigkeiten isst und auch Schnaps trinkt und Wein. Also Schnaps und Wein okay, Fleisch eher weniger und Süßigkeiten schon auch. Also, die Masse ist weniger als hier. Die Süßigkeiten natürlich auch. Aber das ist wichtig, dass man natürlich auch Wein und Schnaps schnaps und Faschank beginnt. Und zum Schluss? Also haben sie auch die Basen gefeiert? Also machen sie auch ein Ritual? Ob sie diesen Brauch auch gibt, dass man nach dem Fasching die, wie sagt man, die violonische oder die große, wie heißt der Bass? Kontrabass? Kontrabass wird, hier ist sein Gebrauch, dass man diese Kontrabass wird begraben. Aha, Fasching begraben. Fasching begraben. Gibt es auch? Eher nicht. Bei uns ist das zum Kirtak eingraben, aber Fasching eingraben gibt es eher nicht. Bei uns gibt es im größeren Städten Fasching verbrennen. Da wird etwas angezündet, Plakate und so, aber eingraben eher nicht. Also Kirtak eingraben ist bei uns ein Brauch, aber Fasching eingraben nicht. Also, aufgrund der Fasching, der Bass ist nicht gefeiert. Sie haben eher den übrigen, dass sich in größeren Städten verbrennen, wie die Schlussfolgerung der Fasching. Und in Falknstein ist es eher ein gewiss, dass wenn sie ihre Hände haben, dann sie die Hände verbreiteten. Das ist das gewiss, dass sie diese Hände haben in einem anderen Termin. Das ist eine schöne Sprechung hier. Und wenn sie sie hier in Slovakien lieben. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Okay, danke. Das sind andere.